Was geht Leute und herzlich willkommen bei meinem ersten Let's Play Video Mit Daisy von Arma 2, also der Mod in Arma 2 Ist zwar schon ein bisschen älter, der Titel, aber Lieber später als gar nicht, ne? Wie das so schön heißt Ja, ich spiel zusammen mit einem Kumpel, dem Dennis Ja, Adi hallo Was geht? Wir probieren es jetzt gerade quasi zum dritten Mal hier irgendetwas Erfolgreiches zu schaffen Leider hatten wir eben auf dem letzten Server Pech Da war ein Hacker, der irgendwie, also wir vermuten, dass es ein Hacker war Weil der ist so schnell von Elektro nach Cerno nach Solnitschi gejumpt, um uns zu killen Uns zwei, also wir waren quasi zu dritt auf dem Server Und haben uns einfach kurzerhand entschlossen Leave him alone Let him do whatever he wants to do Ja, solange er uns nicht verfolgt, alles kein Problem Ich hab keinen Bock, dass der jetzt auf unseren Server kommt, das wär richtig scheiße Ich find hier gerade so ne Tanke, die werd ich jetzt erstmal ausräumen, bevor ich Bei Elektros? Ja, vor, quasi vor Elektro Ja, laufst du jetzt in meine Richtung oder in? Ne, gerade noch kurz in die entgegengesetzte Richtung Richtung Cerno? Ja, dann Ne, Elektro, Elektro, aber nur kurz, weil ich hier schauen wollte, was es hier so gibt Ob es hier überhaupt irgendwas gibt Und es gibt natürlich nichts Gar nichts Und jetzt lauf ich, ähm, jetzt werde ich oberhalb von Elektro laufen Und wir werden uns treffen Und zwar siehst du diesen Dobri Berg? Dobri, ja, ja, ja Da auf diesem Punkt oben auf dem Berg werden wir uns treffen, okay? Ja, wenn ich da hochkam, auf jeden Fall Geh schön querfeld ein, damit uns kein Typ sieht, also kein Mensch und auch kein Zombie Ja Vielleicht sehen wir ja auch den Heli starten irgendwann mal Oder vielleicht steht er auch nur so rum Wir müssen da auf jeden Fall gleich mal einen Blick nachfrispieren Also wie ihr seht Haben wir schon kurz angefangen zu zocken gestern Und uns ein bisschen einen Überblick verschafft Aber wir sind, äh, würde ich sagen Trotzdem ziemliche Anfänger Ja, in der Tat Also definitiv Anfänger Ja, 8 Players, was geht Dann scheint der Server normalerweise nicht so voll zu sein Oder er ist leer Für seine Verhältnisse, das weiß man jetzt nicht Scheißhusten Ja, schon mal gut Wir sind es nicht Also ich habe ja schon mal so einen coolen Feld Weg gefunden, aber der führt anscheinend nicht direkt auf den Berg drauf Ja, bist du schon auf dem Berg? Ja, ich bin quasi oberhalb von Elektro gerade Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir diese Feuerwache kriegen über Elektro Weil da sind immer Waffen drin Ja Ich weiß jetzt nicht, ob der Berg eher links oder eher rechts ist Aber ich glaube, der ist hier links Lass uns mal überraschen Was hat der geschrieben? Wie kann ich das Chatmenü, also wie kann ich die letzten Chat-Einträge sehen? Geht das? Naja, das weiß ich leider auch noch nicht Naaaah Ich hoffe, ich befinde mich jetzt wirklich auch oberhalb von Elektro Sonst laufe ich nämlich gerade an Cerno vorbei Ne, ich war doch in Elektro Ich bin mir da eigentlich relativ sicher Ja, das muss Elektro gewesen sein Warte Ah, vielleicht war es auch Cerno Aber egal Wir treffen uns auf jeden Fall an diesem Berg Ja, ich bin schon oben Bist schon oben? Na, ich vermute es war doch Cerno Ich hab keine Ahnung Ne, ich auch nicht so genau Weil ich bin nicht an der Feuerwache vorbeigekommen Aber da drüben ist ein fetter riesiger Berg Dann werde ich dir sagen können noch, dass der ist Also ich bin oben auf dem Berg und da ist nichts Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich hier oben mache Aber hier ist echt gar nichts Ja, dann lass uns einfach mal in Elektro treffen Und zwar an der Feuerwache Siehst du die auf der Lazy Map? Eine Sekunde Also nicht direkt auf der Feuerwache Eigentlich ist da, wo du bist Ist eigentlich ein guter Spot Warte mal Ja, da wo ich bin ist aber nichts Da ist einfach nur Vor allem wir müssen auf jeden Fall Lebensmittel unseren Scheiß ran schaffen Ja, ja, eben Deshalb müssen wir ja auf jeden Fall nach Elektro Ja, dann lass uns mal bei der Feuerwache treffen Das ist die Frage Da ist die Küste Also muss ich in die Richtung hier, glaube ich Ja Müsste ja eigentlich Ja, ich hab die Feuerwache am Norden Ich bin jetzt nördlich von Elektro Ja, alles klar Ja, alles klar Ich bin auf dem Weg Glaube ich, oder? Ich laufe gerade parallel zur Küste Oh Ja, ja, ja Ich seh Guck mal, da müsste so ein riesiger Schornstein sein Nördlich von Elektro Ja, warte Ich bin noch mitten im Wald hier Ich bin noch mitten im Wald von dem Berg Ich muss jetzt erstmal Da ist ein riesiger Schornstein Nördlich von Elektro Da treffen wir uns Da unten ist schon mal eine Straße Das ist schon mal ein gutes Zeichen Direkt am Schornstein ist die Feuerwache Und da gibt's Waffen Ich bin vielleicht nördlich Oh, ich laufe gerade die ganze Zeit in die falsche Richtung Kann das sein? Ja Das war wenn meine Sichtweite nicht auf Super hoch ist Deswegen hab ich gedacht Ich hab einen auf 2,5 oder so Ja, ich hab vielleicht erstmal für das Video die Grafik komplett Oh, da läuft schon ein Zombie hinterher Ah, der dicke Schornstein Ich hab ihn Ja, und noch keine Zombies zu sehen Kann ich hier runterfallen? Ne, ne Ah Ne Warum läuft denn jetzt mir ein Zombie hinterher? Das verstehe ich nicht Ich muss grad ein bisschen weiter weglaufen noch Scheiß Husten Ja, also ich bin da jetzt bei dem Schornstein Wo bist du? Ich lauf grad von Zombies weg Macht das Spaß oder was? Ne, irgendwie nicht Ja, dann lass es doch Ja, ich hab keine Waffe Junge Junge Du hast keine Waffe Ich verlass mein Haus nie ohne Waffe Elektro Ich komm jetzt grad hier den Berg hoch Wieder Okay Ist das die Feuerwache mit dem Strom? Ich glaub ich hab ihn abgehängt Wo bist du jetzt? Ich bin an dem Gebäude mit dem Schornstein Auf der Straße Der Straße? Ja Ich komm jetzt auch zu dieser Straße Du seh dich zwei noch nicht Seh dich zwei noch nicht Hier siehst du mich? Ich bin quasi, wenn du von der Küste aus guckst Westlich vom Schornstein Ah, hier hat ein Hubschrauber Da kommt ein Hubschrauber auf mich zu Ja, aber das ist der Milchfreund Der ist friendly Wo bist du? Ich bin hier vor dem Gebäude mit dem Schornstein Direkt davor? Ja, an dieser schwarz-weißen Absperrung Äh, schwarz-gelben Absperrung vor dem Tor Ach, da schon Aber hier kommt ein Zombie Ich komm von hinten quasi Ich will zu der Feuerwache Ich geh jetzt in die Feuerwache rein Okay? Wir treffen uns in der Feuerwache Ganz oben Ja, wo ist denn die Feuerwache, Alter? Feuerwache ist der Turm, in den man reingehen kann Mit den roten Türen Welcher Turm? Ne, hinter dem Schornstein Da ist links so ein Gebäude Also, da ist so ein Gebäude Ja, warte, ich muss erstmal hier Mich haben anscheinend irgendwelche Zombies gehört Aber die können zum Glück nicht hier durch die Mauer durch Warte Hier hinter, da soll ein Turm sein Bei dem Schornstein So unlogisch, Mann Wo ist denn der Turm, Alter? Wo ist denn der Turm, Alter? Der Zombie macht mir sofort wieder auf Oh, oh, ich werde verfolgt Ich muss aufstehen Und ich wundere mich, warum da auf einmal so ein komisches Viehchen hinter mir schreit Ey, die Feuerwache ist Ah, Junge! Nein! Der kriegt mich nicht Ah, fuck you Ach, das ist die Feuerwache Ach, der Turm Ja, gut Da laufe ich gerade dran vorbei quasi Ja, aber geh da nicht rein Da sind Zombies Ja, ne, ich versuche den Zombie hinter mir abzuhängen Aber das wird ziemlich schwierig So wie es aussieht Aber ich nutze mal Das Gelände aus Damit er sich hier an dem Zaun aufhängt Na, und der läuft dran vorbei Scheiße Ey, das ist so unlogisch, Mann Warum funktioniert denn meine Maus hier nicht, Mann? In dem Gebäude? Das blute ich Das ist doch so unlogisch, Alter Das ist alles voll verbuggt Du bist doch voll risky, Alter Ah, ja, dieses Spiel Weglaufen, weglaufen, weglaufen All the time Und ich höre den Hubschrauber wieder Ja, und wie geil Der Zombie kann hier nicht laufen Das ist natürlich ultra nice Hier könnte ich den voll krass abhängen Okay, wie es aussieht habe ich ihn abgehängt Ja, ich habe mein Blut jetzt auch wieder gestillt Alles klar So, also ich bin jetzt Direkt an diesen Strommasten hinter Hinter dem Schornstein Und du? Ich gehe gerade durch das blaue Tor zur Feuerwache Ja, da ist nichts Da habe ich schon alles gelootet Da war nichts Da waren zwei Magazine Oh, das ist aber ein Zombie Ah, und er hat mich gesehen Scheiße Nein, 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 nein Aufstehen, 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 aufstehen Aufstehen, aufstehen, aufstehen Aufstehen Also direkt wieder um die Ecke Als Haken schlagen Weil die werden in Gebäuden langsamer Das ist der beste Trick Da einen Man habe ich gesehen Wo bist du denn? Ja, ich habe dich gerade ver... Ja, ich bin quasi hinter der Mauer Hörst du mich laufen? Noch nicht Ich bin hinter der Mauer da, wo diese Orangen Elektro-Dinger sind Ja, da sehe ich... Ne, da unten ist ein Zombie Also du bist quasi westlich von der... Ja, westlich, südlich, keine Ahnung Also in der Nähe von der Straße, ja? Ne, überhaupt nicht Ich lauf gerade auf die Rückseite da vorne Ja, lauf mal zum Schornstein Pass aber auf, da... Hier bin ich, hier, 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 hier Rechts von dir, rechts von dir Rechts von dir, rechts, rechts Hier Hallo Hinter dir, da Ach da Komm, wir gehen Ahhhh Wir müssen jetzt in die Stadt rein Was zu fressen finden und so Ah, ich drücke immer V Da kriegen wir Besuch vom Hutschrauber Wird er hier landen oder was? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Nö, er fliegt weiter Ah ne, er dreht um Sollen wir da hoch latschen? Ja, komm, wir latschen mal zu dem Leon, was killt? Ach komm, ich will diesen scheiß Berg hier hochlaufen Nicht nur hier so Nein, jetzt hält der wieder ab Ja, krass Ja, krass Ich weiß nicht, was er vorhat Ob der jetzt hier landen kann Ich weiß es nicht Hat er uns gesehen oder nicht? Ja, der wird uns schon gesehen haben Ich weiß nicht, was er vorhat Komm, dann gehen wir in die Stadt Komm Ja Ich hatte gerade so einen kleinen Grafik-Bug Warum nehme ich gerade nur mit 9 Frames auf? Was ist das denn? Also ich gehe... Wo bist du überhaupt? Hinter dir Wir gehen jetzt links die Stadt lang Wir werden jetzt... Du wirst dicht hinter mir laufen Wir werden jetzt versuchen alles zu looten, was geht Wir brauchen halt auf jeden Fall zu fressen und zu trinken en masse Der Rest ist erstmal unwichtig Ja Wo ist der Heli? Hinter, über uns? Der ist, der fliegt genau hinter uns Oder es läuft auch gerade jemand auf der... Au, die ganzen Zombies Komm weiter, die Zombies Will der hier landen? Der kann hier nicht landen Der schwebt da einfach Ganz egal Vielleicht will er sich auch die Loots aus der Feuerwache holen Und wir gehen erstmal so ein bisschen... Ne, wir gehen einfach mittendurch würde ich sagen, oder? Ja, aber da müssen wir immer weglaufen Guck mal, da kommen die ersten Zombies an Ja, da müssen wir halt einfach durch Gebäude dann laufen Und uns dann irgendwo kurz hinlegen, wo es sicher ist Kann das sein, dass der mit seinem Hubschrauber die ganzen Zombies verjagt? Ne, aber der zieht die eher an Ja, mach ich ja Da vorne ist die Schule, da müssen wir rein Direkt geradeaus, siehste? Irgendwie geht man eine Frame Cypher runter, wenn der scheiß Hubschrauber kommt Macharov Magazin 1 Okay, wir kriegen Besuch Ne, beeilung, 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 beeilung Nein Nein, ich muss ja wieder raus, weil hier sind überall Zombies drin Ja, ich bin auch draußen Okay, jetzt den Supermarkt Irgendwo muss hier noch ein Supermarkt sein Ich bin hinter dir Geradeaus, wir müssen geradeaus Ne, warte, hier links, links, links Ne, drin ist noch geschehen oder was Alles, alles empty Wo bist du, da hinten bleibst du? Ich verliere auch Blut, ich muss schnell mal hier durch Gebäude rennen Bist du schon wieder Ja, ich wurde raus Ich hab dich wieder verloren Ah, da bist du Pass auf, ich hab ein paar Zombies mitgebracht Das kann sein, dass du jetzt nicht Ja, dann renn einfach weg Von mir Oh Ich guck, ich guck in der Zeit, ob ich hier irgendwas looten kann Ich guck, ich guck in der Zeit, ob ich hier irgendwas looten kann Ah, hier liegt was Aber es sieht leer aus Ja, empty Wo bist du? Peter? Ja, ich lauf hier gerade Ah, da bist du, ich seh dich Survivor, Philipp Guck mal, hier rechts ist die Schule Da müssen wir rein Siehst du das Gebäude mit den großen Fenstern? Ja, da war ich gerade dran, da gibt's voll viel Ja, da müssen wir auf jeden Fall wieder rein Alter Tja, ich hab bis jetzt noch nichts gefunden, weil ich die ganze Zeit nur vor Zombies weglaufe Wo bist du denn? In der Schule Das ist ein orangene Gebäude? Ne, ein großes Gebäude mit Fenstern und so Ja, ich lauf grad die ganzen Zombies von dir weg Ich such dich gerade, ich lauf hier vor dem Gebäude rum Das ist ein großer Platz davor mit einer Bushaltestelle Ich bin doch neben dir Echt? Wo? Ich glaub grad die ganzen Zombies hinterherlaufen Okay, dann lass mich die Schule einfach ausranden Ist das da ein Zombie oder ist das ein anderer Spieler? Das ist ein Zombie Da kommt der Hubschrauber wieder Da kommt der Hubschrauber wieder Ist da hin gesagt Ich lauf hier nur im Kreis Ich brauche langsam was zu trinken Das ist manchmal echt schwer zu steuern das Spiel, finde ich Ja So, bist du da oben auf dem Dach? Na aber okay, der Typ ist oben auf dem Dach ausgestiegen, siehst du das? Na ja Ich hoffe der schießt jetzt nicht auf uns Ne, ich geh zu dem hin Ja, ich jetzt auch Auf welchem Dach? Ach, da oben Ja, da oben drauf ist der Ja ne, da bin ich grad nicht Ich räume hier noch die Schule gerade Ja, ich lauf erstmal hoch da Gucken ob ich die Leiter hochladen kann Ja, ich hab ein Gewehr gefunden Laber, nice Komm ich hier hoch? Kann ich hier hoch? Nein, ja da ist ein Leiter aber da sind zu viele Zombies vor Ich hab ne Endfield gefunden Ich hab ne Endfield gefunden Auf der Schule Mit zwei Magazinen Ich versuche hier kurz oben auf das Dach drauf zu kommen wo der drauf ist Da ist ne Leiter Da ist ne Leiter Die klettere ich jetzt hoch Okay, ich bin gleich bei dem oben auf dem Dach Okay, der hat ein Scharfschützengewehr in der Hand Der schießt nicht auf mich Schreib mal friendly I'm friendly Aber das müsst ihr eigentlich wissen Ja, am coolsten wäre eigentlich Jetzt müssen wir eigentlich erstmal gucken wo wir am besten hinwollen Ne? Ja Achso, ja Jetzt haben wir zuerst Ja, nicht den Punkt Ja, ich glaub ich komm mal zu euch rüber Ja, also ich Der ist auf jeden Fall Freundlich gesinnt Aber ich hab nix zu trinken, nix weißt du? Ja, ich hab aber Ich hab zwei Cents gefunden Zwei hab ich ne? Ja, zwei Ja Ich bräuchte aber eigentlich was zu essen Ehrlich gesagt Aber der fliegt wieder weg, ne? Ja, ja Wo bist du? Ich bin hier immer noch auf dem Dach Ah, wie gern wär ich jetzt mit dem mitgeflogen Ja, ich bin hier auch noch auf dem Dach Aber so langsam Auf welchem Dach? Alter, ich seh dich nicht Ja, ich bin jetzt in der Schule wieder drin Ich komm jetzt quasi wieder raus Ja, ich dachte mal nach unten Wow! Boah, ich werd fast hier runtergefallen Das wär schlecht Aber ich hab Painkillers Ja, trotzdem Muss ja nicht sein, ne? Zwei Pfeile hab ich gefunden Oh fuck, da wo ich runtergefallen Da sind natürlich genau zwei Zombies Nein, 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 nein Die bleiben aber alle da stehen, irgendwie. Ja, aber die wissen, dass ich hier oben bin. Ich flette mal auf der anderen Seite runter. Ja, such dir auf jeden Fall einen anderen Weg. Nicht den, wo du hergekommen bist. Am besten. Ich blute immer noch. Wieso blute ich immer noch? Hast du noch eine Bandage? Ja. Dann benutzt ihr auch. Manchmal braucht man zwei. Ich gehe jetzt in die Kirche. Da gibt es manchmal auch noch coolen Stuff. Ach so, ich habe aufgehört, mich zu bandagieren. Ich hatte immer noch zwei. Kommt man hier rein? Ich dachte, hier kommt man rein. Ich brauche nämlich auch mal was zu essen. Ja, hier kommt man rein. Ich will den Hubschrauber schon wieder. Ja, der startet, der lootet mit dem Hubschrauber. Der ist eigentlich schon schlau. Ja. Ganz schnell da Wege zurücklegen. Also ich bin in der Kirche drin. Ja, ich muss die Kirche erst mal finden. Ich werde jetzt erst mal was trinken. Ich habe aber auch fast kein Blut mehr. Ich bräuchte eigentlich mal ein Bloodpack. Habe ich eines dabei? Nee, wir haben aber einfach keins. Nee. Wo ist denn die Kirche? Wir müssen den Supermarkt finden. Hast du die Kirche? Ja, die mit den goldenen Türmen. Ich bin am Haupteingang. Danach gehen wir da zur Feuerwache. Ich habe bis jetzt noch gar nichts gefunden, weil ich einfach zu viel Schiss von den Zombies habe. Ja. Wer läuft der Zombie, Alter? Was machst du? Was tust du? Ich wollte ihn eigentlich erschießen, aber die bewegen sich halt immer so spastisch, weißt du? Ja. So, wenn wir jetzt hier waren, müssen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall als nächstes, müssen wir zum Krankenhaus. Wir brauchen Bloodpacks und so. Bandages. Bist du da? Ja. Nuss da rein. Mach das Tor kurz zu. Ja, es wird nichts bringen. Oh. Der Penner hat ja alles schon gelootet, Mann. Ich hänge an der Treppe fest. Scheiß Steuerung. Bist du nichts mehr? Ja, wir sollen hier gleich wieder runterkommen, du Held. Ja, ganz normal. Runter rennen. Ja, aber da sind doch, da liegen doch Sachen. Da liegen doch Sachen, Alter. Das sind unnötige Sachen. Leere Dosen und irgendwelche Flashlights. Also so Alarmlichter. Geh mal runter jetzt. Ja, die Alarmlichter nehme ich auf jeden Fall mit. Brauchst du nicht, Alter. Damit regnen wir nur Aufmerksamkeit, du Idiot. Kann ich das auch nicht nehmen. War doch. Oh, jetzt in diesen Gebäuden spackt das Spiel voll rum, Alter. Hier hängt ein Zombie in der Wand. Der hat hier alles schon gelootet vor uns. Wir müssen unbedingt zum Krankenhaus, Alter. Wo bist du? Kinder wirken. Das Krankenhaus ist, müsste hier irgendwo in der Nähe sein. Dort hinten. Da. Wo? Das rote Gebäude? Ja, irgendwo links müsste das sein. Ich bin hier in dem roten Gebäude drin. Aber hier gibt es einfach nichts. Aber das ist das alte Bahnhofsgebäude. Ich glaube, wir müssen rechts von der Feuerwache. Rechts. Hallo? Nee, links müsste das sein. Links von der Feuerwache. Ich habe keinen Schimmer. Irgendwo hier müsste das Krankenhaus sein. Die Leute haben wir einfach Ecken und Ecke und ich sehe einfach nicht, wo der hinleist. Wo bist du denn? Ja, hinter mir sind einfach eine Million Zombies. Nein, nein. Aber merkst du das nicht. Wenn da die Feuerwache ist, dann müsste hier rechts irgendwo ein Krankenhaus sein. Jetzt sind da zwei Helis. Na, aber keine. Ich will ins Krankenhaus. Ich brauche ein Blut. Ah, hier ist es. Wo? Wo bist du? Oder? Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich habe dich wieder verloren. Ich laufe immer noch die gleiche Straße dann. Auf dem Dach vom Krankenhaus gab es nichts, ne? Vom Krankenhaus? Mhm. Lass mal zu dem Heli gehen und gucken, ob wir da vielleicht mitfliegen können. Ja, wo ist denn der Heli? Und wo bist du? Ich bin am Supermarkt. Ja, ich weiß nicht, wo der Supermarkt ist. Das ist ein Jagdmesser. Ich raste aus. Ja, wir können uns jetzt was zu essen machen. Ich sehe jetzt nichts mehr. Warum? Nein, das ist ein Hubschrauber. Nein. Ich bin unterm Heli, ne? Mir verfolgt die ganze Zeit ein Zombie. Unter welchem Heli? Ja, ich kann es kaum erkennen. Weil ich bin unter dem Armee-Heli. Ich weiß nicht, wo ich bin, ehrlich gesagt. Hier schießt irgendwas. Ja, irgendwas schießt. Das ist auch, glaub ich, der Heli. Guck mal, die muss auf jeden Fall mal zu mir kommen. Ja, aber wo bist du, Alter? Ich weiß es nicht. Ich seh nichts. Ich bin außerhalb der Stadt jetzt gleich. Jetzt. Ich bin am Heli. In der Nähe von dem Heli. Ja, ich ja auch. Ich bin direkt unter dem Heli. Aber hier waren ja eben zwei Helis, weißt du? Ja. 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 Ja.